Guck mal, jetzt ist die an der Seite da. Ganz leicht drehen, ja. Ganz leicht drehen. Was sind denn diese beiden Granen da, die Linien? Ganz leicht drehen. Ganz leicht drehen. Ganz leicht drehen. Noch einmal. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon drüber bin. Jetzt habe ich die mit aus den Augen verloren. Ganz leicht drehen. 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 Ja. 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 Let's do the Rekstopper. Geht's aber. Wo ist der Passende? Da ist der Passende. Na? Ja. Damit dachte ich ja, diese Verbindung... Knapp. Die Aussparung ist quadratisch. Ich erkenne diese Kombination noch aus dem Unterricht mit Gordon. Sie wird vom Orden von Cannon Rock verwendet. Das heißt... Ein E. Ein L. Noch ein E. Dann... Ist der nach links... Das ist ein M. Noch ein Quadrat. Da guck ich noch nicht mal mehr nach. Quadrat mit dem Punkt drin. Ist nennen. Das... Größer Zeichen. Dann hab ich zwei kleine Zeichen. Da ist ein größer Zeichen T. Und ein... Haken unten rechts. Das ist gut für die Halsmuskulatur. Das ist gut für die Halsmuskulatur. Da. Und ich habe eine... Hose. Elementa. Steht wahrscheinlich für Elemente. Ja. So sehr unterscheidet sich... ähm... Latein von... unserer Sprache. Und mein Koffer. Und mein Koffer. Innerhalb von sieben Monaten haben wir die große Hütte errichtet. Aufgrund der Energie des Steins der Weisen... bezeichneten wir unsere Insel als Insel der Liebe. Die Rose ist unser Symbol. Und jeder Kreuzarm des Medaillons repräsentiert eines der vier Elemente. Wir leben hier in Frieden. Als Ordensmeister verstecke ich den Stein dort, wo er aus der Ferne über uns wachen kann. Wahrscheinlich im Leuchtturm. Und mehr finde ich jetzt hier nicht in dem schönen Koffer, ja? Für die kleine Geschichte habe ich mir jetzt den Koffer hier ausgesucht. Okay. Ist egal. Ich wollte ja eh da hoch. Und da fällt Steine runter. Fok... Mach nicht zurück! Seine Foker-Serie liegt in der verhörtenen Besuch der menschlichen Psyche. Da finden Sie, was Sie erwarten. Ich habe wohl noch einen langen Weg vor mir. Und sprechen wir drüber. ... die sich auch gerne Amsel nennen. Das ist wohl unverständlich. Ja? Okay, Steinschlag voraus. In der Ferne steht ein Schloss. Mit einer Zugbrücke. Die Zug ist. Der Zug ist... Nee, jetzt ist sie offen. Der Zug ist gerade. Nun liegt es ganz einzig an... Nun liegt es einzig an mir. Das muss der Ort sein, an dem Professor Chide gefangen gehalten wird. Ich muss ihm helfen und diese Insel von diesem Bösen bricht mir freien. Ich rede plural, ja? Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Also ist er ungeheuer. Ja. Was ist da denn? Ich wage die Vermutung, dass das Haus da nicht mehr lange stehen wird. Ein Friedhof. Ein Ast. Noch ein Ast. Ein... Schaumschlüssel. Jetzt würde ich gerne zurückgehen, weil ich jetzt weiß, wie ich da unten ran... Niga. Friedhof. Irgendwie muss... Ich muss irgendwie diesen Graben überqueren. Nimm doch die Bretter hier. Oder nimm den Baum. Dieser Baum gäbe bestimmt eine gute Brücke ab. Ah, beware. Vorsicht. Ja, ähm... Schnitze ich mir eine Brücke? Feuere ich mir eine Brücke an? Okay. Dann mache ich einfach X. Keine gute Idee, keine gute Idee. Okay, da komme ich nicht rüber. Da-da. Gut. Äh... Ja, gehen wir zum Hauseingang. Weil da gerade die Dame mitgerannt ist. Was? Und da sind die dann befindet sich etwas. Ich bin nicht, die was anderes. Das sieht nicht allzu sicher aus. Es wird Stunden dauern, die richtige Uhrzeit zu verraten. Ich muss einen Hinweis finden. Ich wollte eigentlich was mitnehmen hier. Ich komme nicht an das Fenster ran. Ich kann den einmal nicht nehmen. Man gelangt nicht durch die Eingangsführung in das Haus. Also nein, ich nehme die Axt mit. Das war mit hier. Aber vielleicht kann ich das mit einer Lackerei weglocken. Willkommen. Ja. Ich würde gerne... hereinkommen, aber... erstmal muss ich auf den Friedhof und... das sieht bestimmt sehr... gut aus, wenn ich mit der Axt auf dem Friedhof umlaufe. Hier ruht Edward Finnegan. Der, der so hart für uns arbeitete, ruht nun in den Namen Gottes. Er starb am... ...Gelbfieber im Jahre 1900... ...Dingenskirchen. Ohne wird das Foto nicht zusammenhalten. Ohne was? So viele Tote, was für eine Tragödie. Hier fehlt ein Bild. Und die anderen sind auch irgendwie nicht ganz wichtig. Ich sehe schon, dass da ein Spiel auf mich zukommt. Aber was haben wir hier? Es ist zu dunklen, um es zu erkennen. Hier ist eine Schlange. ...die ich anklicken kann. Sie tut so, als würde sie was machen. Ich gehe zum Sarg. Dies erzählt die tragische Geschichte der Insel. Äh... Was? Äh, nochmal bitte. Klick hier in der richtigen Reihenfolge auf die aufblinkenden Fragmente. Shark. 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 Das habe ich dir einfach schon wieder nicht mitgekriegt. Da. 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 Ne. Ok, du, 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 du... Ne. Der, 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 der. Ok. Tab, 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 tab. Okay, das Spiel ist komisch, aber lösbar. Ich kann das Wasser nicht einfach in meinen Händen tragen. Vorhin wolltest du den Arme nicht mitnehmen. Dieses Schild habe ich bereits einmal gesehen. In einem geheimen Raum in Professor Childs Haus. Vier Aussparungen für vier Runen. Ich sollte sie finden. Aussparungen. Hier geht wohl ein schicker Hebel hin. Kann doch hässlich sein. Normalerweise haben Schmetterling Angst vor mir. Ich weiß nicht, wann ich suchen soll. Großes Buch für der Pflanzen. Hilft das? Ja, fast. Ohne Hilfe. Das Bilde müssen festgeklebt werden. Okay. Dann gehe ich doch mal... Man könnte sich keinen besseren Ort für das Loss vorstellen. Ja, doch. Neues Ziel, Feuerlöscher. Ein Brecheisen. Das ist gut. Ich muss das Feuer löschen. Ich bin kein Narr. Ich werde nicht durch das Feuer laufen. Es muss doch irgendwo einen Weg hindurch geben. Worauf warte ich? Es wird Zeit zu gehen. Ja, dann geh doch. Haus Eingang kann ich hier jetzt irgendwie... Hatte ich schon. Ich weiß. Okay, ähm... Okay, ähm... Zurück. Zurück. Unter den Blättern befindet sich etwas. Ich habe keine Zeit, nach der Uhrzeit zu rätseln. Ich muss sie finden. Ich gehe auf den Friedhof. Ich gehe hier wieder rein. Ich knack irgendwas mit. Ach, guck mal. So schöne Blumen. Aber ich weiß nicht, von der ich gucken soll. Normalerweise haben Schmetterling Angst vor mir. Ah, zu Recht. Ne, okay. Ähm... Hier wird ein schicker Hebel hin. Okay, der ist nicht so schick, der Hebel. Ähm... Ja, okay. Wo wollte ich denn jetzt nochmal die... Ähm... Es ist zu dunkel, um was zu erkennen. Jetzt kann ich den Pott da anzünden. Oh. Wie? Jetzt, da kommt wieder. Hebel stört up the Storms here. And the island fell victim. This man took the brunt of it. Okay. Einbemühlt. Okay, ähm... Sense... Engel... Engel... Löffel... Flügel... Flügel... Noch ein Flügel... Ein Schlüssel... Eine Harke... Eine Harke... Eine Harke... Eine Harke... Ähm... Kann natürlich auch die sein. Eine Schneider... Warum brauche ich eine Batterie für eine Voodoo-Puppe? Das ist ein Schneider. Und eine Gießkanne. Du bist keine Gießkanne. Ähm... Ja, ja. Ach, guck mal. Da ist die Voodoo-Puppe. Das fehlt bloß noch eine Gießkanne. Dinge. Dinge, die ich zu Hause habe, finde ich nicht. Harke gefunden. Das heißt, ich kann hier rüber gehen und adäquat das Laubweck haken. Um eine Fahrradkette zu finden. Oder für eine Kettensäge oder so. Ich komme nicht an das Fenster rein. Ich muss wissen, wie spät das ist. Hier vorum komme ich aber rein. Ich habe auch nichts, womit ich die rauslocken könnte. Okay. Okay, ich habe eine Trittleiter. Hier fehlt auch ein Stück. Hattest du mir irgendwas gesagt? Ich komme da oben nicht ran. Ja. Hier ruht wer. Hier fehlt ein komplettes Bild. Wahrscheinlich das, was da drüben ist, dass sich erst zusammenkleben muss. Jetzt muss ich irgendwo einen Weg hindurch geben. Vielleicht mit der Trittleiter. Ich komme nicht an das Fenster rein. Ich komme aber an die Tür ran. Mit dem Brecheisen kann ich hier nichts mehr machen. Mit der Axt kann ich auch nichts machen. Kann ich hier irgendwie... Ach, ich habe schon wieder den verkehrten gedrückt. Den da. Hier komme ich nicht hin. Zu dem Haus kann ich. Da muss ich irgendwas machen. Ja, schön. Ich bin am Haus. Ach, guck mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich brauche etwas, um den Stein zu entfernen. Brecheisen. Das passt hier nicht. Lineal. Das passt hier nicht. Die Taube. Der Taube ist es auch egal, dass ich da bin. Kette? Auch nicht. Axt. Messer. Mit dem Messer geht's. Klack. Wumms. Noch ein Stück von dem Bild.